Implantologie, von der Beratung bis zur Endgareinviertel-Eltigen-Restauration Die Implantologie ist Teil der modernen Zahnmedizin und hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Implantate sind K-Einvierteln-ästliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingesetzt werden, um fehlende Z-Ani zu ersetzen. Von der Beratung bis zur Endgareinviertel-Eltigen-Restauration ist ein Umfassänderprozess erforderlich, um sicherzustellen, dass das Ergebnis so nataleinviertelig wie maglich aussieht und eine langfristige Lassung bietet. 1. Die Beratung Der erste Schritt auf dem Weg zur Implantation ist die Beratung mit einem erfahrenen Implantologen. In diesem Gespra-CH werden Ihre individuellen Bedeinviertlerfnisse und Vainviertlensche untersucht und ein Umfassänderbehandlungsplan erstellt. Der Implantologe wird den Zustand Ihrer Zahnähe und des Kieferknochens A1-Viertel-Berbra1-Viertelfen, um festzustellen, ob Sie ein geeigneter Kandidat F1-Viertel-R-Implantate sind. Auer-Jerdem werden Sie A1-Viertel-BER den Ablauf der Behandlung, die Risiken und die Kosten informiert. 2. Die Vorbereitung Bevor die Implantate eingesetzt werden Karnähen, ist eine GAA1-Viertel-endliche Vorbereitung erforderlich. Dazu geHRT in der Regel eine professionelle Zahnreinigung, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnähe und das Zahnfleisch gesund sind. Falls erforderlich, kann Ihnen auch Vorbehandlungen wie Knochenaufbau oder Zahnextraktion durch Gefahr 1-Viertel-HRT werden, um optimale Bedingungen F1-Viertel-R-D-Implantation zu schaffen. 3. Die Implantation Die eigentliche Implantation erfolgt in der Regel in mehreren Schritten. Zu einer CHST wird unter artlicher Beta-Ubung ein kleines Loch in den Kieferknochen gebohrt, in das das Implantat eingesetzt wird. Nach einer Einheilphase von einigen Wochen, während der sich das Implantat fest mit dem Knochen verbindet, wird die K1-Viertel-endliche Zahnkrone aufgesetzt. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Farbe und Form der Krone mit ihren nataleinviertlerischen Zahnänen A1-Viertelberein stimmen, um ein asthetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. 4. Die Nachsorge Nach der Implantation ist eine sorgverältige Nachsorge erforderlich, um Komplikationen zu vermeiden und die langfristige Funktionalität der Implantate zu gewahrleisten. Dazu GHRT-Regelmaeige Kontrollen beim Zahnarzt, professionelle Zahnreinigungen und eine gute Mundhygiene zu Hause. Auch eine gesunde Ernährung und der Verzicht auf Rauchen kann Ihnen dazu beitragen, dass die Implantate lange halten. 5. Die Endgareinviertelältige Restauration Nach Abschluss aller Schritte ist die Endgareinviertelältige Restauration der Implantate abgeschlossen. Sie kann Ihnen wieder unbeschwert latschellen, sprechen und essen, ohne sich Gedanken A1-Viertel-Ber-Fehlende Zahnänen machen zu M1-Viertel-SN. Mit Regelmaeigenkontrollen und einer guten Mundhygiene kann Ihnen Implantate ein Leben langhalten und Ihnen ein strahlendes Latschellen ärmer glichen. Abschlieeindler SST sich sagen, dass die Implantologie eine effektive Lassung F1-Viertel-Erfehlende Zahnänen bietet und dank moderner Techniken und Materialien ein asthetisch ansprechendes Ergebnis ärmer glicht. Wenn Sie unter Zahnverlust leiden, sollten Sie sich von einem erfahrenen Implantologen beraten lassen und sich A1-Viertel-Ber Ihre Magglichkeiten informieren. Mit Implantaten kann Ihnen Sie wieder unbeschwert latschellen und Ihre Lebensqualität deutlich verbessern. Mit Implantation Mit Implantation